So, willkommen zurück. Ich hoffe mal, dass die erste Aufnahme nicht laggen wird, weil ich habe da irgendwas falsch gemacht. Wir haben ja noch nicht gesagt, dass wir weitermachen müssen. Johannes hat ja weitergemacht. Ja, warte ich noch kurz. Falls ihr die erste Challenge jetzt nicht seht, die haben wir alle drei gemacht. Ach komm. Ich kann ja noch was zeigen. Ey, ich schaff den ersten Sprung nicht. Auf jeden Fall muss man also weiterspringen. Ah, loop. Bis hierhin. Ja, der Johannes hat als allerletzter erst geschafft. Wow, wir haben auch den Boost drin. Scheiße. Und Game-Odd auch noch. Ja, war ich ja Aim-Bot und No-Clip auf einmal, oder was? Ah! Scheiße. Scheiße, ich bin selber runtergefallen. Ich muss euch noch eine traurige Nachricht mitteilen. Paul Walker ist gestorben. Ja, bis sie die Folge sehen, ist bestimmt eh schon ein paar Tage. Ne, die sehen die morgen. Ah, okay. Und eh, keiner sieht die morgen, weil jetzt keiner da gucken will, weil wir jetzt nicht sehen. Genau. Ja, Paul Walker ist der Schauspieler. Ja, Paul Walker. Ist ein Schauspieler. Den keiner kannte, der so unbekannt war. Ja man, den kennt man. Der zum Beispiel bei Fast and the Furious mitgespielt hat. Was ist das? Ja, das war so ein Autosimulator, da hat er halt den Dummy gespielt. Aha, okay. Alter, das ist doch unglaublich. Unglaublich auch. Boah, die sind so scheiße, die Sprünge. Ich hasse diese weiten Sprünge. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade nur 60 Frames, aber nie mehr. Heißt es hier vielleicht. Ich habe 100, über 100 habe ich. Performance Unlimited, wenn ich das jetzt mal auf 10 FPS runterstelle. Welcher Vollidot spielt denn auf 10 Frames? Wieso gibt es die Option überhaupt? Ich stelle mal auf 200 Frames. Kommt trotzdem nicht über 60. Nein! Boah, das gibt es nicht, da springe ich zu spät ab. Nein. Sag mal, ist irgendwie eine 60 FPS Sperre drin? Ich komme nicht über 60 FPS. Weiß ich nicht. Nein. Ich habe eh bei DxRoller angestellt, dass ich nur maximal 60 habe. Also ich habe über 100. Fuck. Ich habe 112. Das ist ein Standardtext Shopping. 137. Jetzt habe ich noch 99. Ich habe immer 60, aber exakt 60. Bei mir lädt die Map auch so langsam, Jona. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, das ist vielleicht noch, weil du irgendwas renderst und es nicht blickst. Nö, 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 nö. Loll. Das ist gerade so am legen, Jona. Irgendwas ist doch mit deinem Internet. Oder ist was mit unserem Internet? Nein. Bei mir läuft es doch. Ich habe Jona geschlagen, der ist erst 5 Minuten. Liegt dann an deinem PC, Hannes, gell? Genau. Loll, jetzt. Ich habe einen schlechten Ping. What? Ich habe voll den schlechten Ping gerade. Oh, fuck. Nein. Ich sterbe auch erst zu spät. Ohne Spaß. Ich stecke gleich wieder das Internet. Nein, du steckst es nicht um. Aus. Von oben. Du steckst es auch nicht aus, weil bei mir geht es. Es liegt nicht am Internet. Guck mal. Ich schlag, ich schlag, ich schlag. Alter, ist ja auf mich zu hauen. Und der Fall, weißt du mal. Ja, aber das liegt doch nicht an mir. Und auch nicht am Internet. Es liegt an dir. Wie oft denn noch? Wahrscheinlich so, dass du am gleichen Internet hängst. Ja, aber bei mir funktioniert es doch, du Penner. Jetzt. Wenn du das Internet aussteckst, ich schwäle, ich hau dich. Boah, bist du ein Mongo, das habe ich doch gar nicht gemeint. Also, Bashi wollte sofort G-Damage, als ich ihn geschlagen habe. Ich habe gemeint, ich stecke die Stecker, die oben zum Verteiler hochgehen raus. Warum willst du die Stecker, warum willst du die Stecker oben ausstecken? Ist genauso unsinnig. Vielleicht downloadet da wieder irgendeiner was. Dann erstmal, da wird alles Internet abgedreht. Dann würde es bei mir doch auch längen. Alter, wie drum bist du eigentlich? Ich wollte ein Mall halten. Ja, ist doch so. Das sieht aus dir aus, ohne Spaß. Hört die Fresse. Boah, wie würden wir uns hier anstellen? Es ist gerade so heiß. Das Wasser fließt mir förmlich aus den Händen. Ja, nicht. Boah, ziehen wir mal kurz hier. Ich habe so viel Avatar der Herr der Elemente geguckt. Kann ich hier ausziehen? Ja, der sitzt erscheinbar auch wieder bei 27 Grad in einem Zimmer mit Pullover und Schneehose. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt hat er sein verschwitztes Hemd ausgezogen. So verrückt. Jetzt schmal in die Schnauze. Alter. Ja, Johannes, das gibt es zu Weihnachten nur Mürre. Das ist wie wenn ich meinem Freund dann Geburtstag schenke. Ohne Spaß und mehr. Alter, ich könnte da so kotzen. Ich weiß gar nicht, warum ich damals ein Telefon in meinem Zimmer haben wollte. Ja, falls ein Pädophile anruft, dass er gleich mit dem Richtigen spricht. Ich habe schon gesehen, dass du dein Schwert rausgeholt hast. Wer? Hannes. Was? Du fällst nicht runter, guck mal, ich schwach dich die ganze Zeit. Ja, weil ich Spawnschutz habe. Und wieso ich nicht? Weil du schon früher gespawnt bist als ich. Richtig. Boah, ich hasse die Sprünge einfach. Nein! Boah, ich könnte so kotzen, ganz ehrlich. Ja. 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 Stirb, Jona, stirb, 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 stirb. Alles? Im Einzelsprung? Äh. Irgendwie stimmt es nicht. Ich habe hier nur 60 Frames und lauter so Mikroruckler die ganze Zeit. Nups! Ich habe es geschafft. Vielleicht. Ja. Ja, schuldig. Deine Bobbys, die nichts drauf haben. Dein Schnauz. Oh, ne, ich bin gerade so angespannt, jetzt kann ich mich endlich mal wieder entspannen. Die ganze Zeit entspannt. Oh, geil. Das kann echt nicht wahr sein! Wir hatten die Truhe hier aufgemacht. Ich? Dein... Oh, Jona! Ja. Schaff das einfach nicht. Ich auch nicht. Jetzt regnet sie auch noch, das kann ja nicht sein. Was? So, jetzt. Kann man das nicht irgendwie toggeln? Guck so. Wie schreibt man denn das? Wer hat es geschafft? Der King hat es geschafft. Ach, das schreibt man zusammen. So. Boah, ohne Spaß Basti, du bist so ein Mongo. Ja, ich bin oben, ich habe es geschafft. Alter, wie? Ich verreck, ich kann diese langen Sprünge nicht und hier sind nur so behinderte. Ja, Jona, ich zähle jetzt mit, du hast noch 5 Versuche, gell? Wo bist du? Wo bist du? Ah, hier ist die Truhe. Ihr Mongos habt die Truhe übersehen. Oder Hannes, du zumindest. Ja, ich bin ja auch irgendwann anders gespwned jetzt. Ja, du darfst ja nicht im Kreativmodus holen, oder? Nein, ich bin noch nicht im Kreativmodus. Guck. Ja, aber du hast die Challenge geschafft. Du darfst das... Nein! Ich bin nicht zurückgesprungen. Das war am Checkpoint. Ich kann sie dir gleich zeigen, die Truhe. Ja, dann sage ich, ich habe nichts. Oh Mann! Wo seid ihr denn? Am Spawn, du! Ja, immer nur, weil ihr mich töten müsst, ohne Spaß. Wer hat denn deswegen getötet? Ja, ich bin ja nicht mehr bei euch. Bei euch. Meint also, bei dir hat der Checkpoint funktioniert. Einmal als ein Versuch. Die Map lädt auch in einer Geschwindigkeit. Ah, Alter! Ich gebe auf, ey. Dieses... Alter, ich gebe nicht auf. Ich habe verkackt. Aufgeben will ich jetzt nicht, aber... Äh... Nein! Wieso fällt er nicht runter? Haha. Lol. Also, guck Joda, hier ist die Truhe. So, ja, ja, das ist dann komplett legitim. Was waren drin? Äh, zwei Goldbarren. Lol. Na, was? Haha. Oh. Fuck. Alter, ich komme nicht auf den Nippel drauf. Schlecht aber nur. Boah, ohne Spaß. Ich bin heute richtig schlecht irgendwie. Ich habe... Aber... Ich weiß nicht wieso. Hast du nicht aufgegessen? Jetzt One Point gegessen. Fuck! Alter, wie viele Nippel da noch kommen? What the fuck? Ich verkack gerade immer beim... Beim dritten oder so. Ich bin gerade beim fünften verkackt. Nein! Oh je. Alter, ja klar! Hannes raus aus dem Game-Mode. Nö. Hä, wieso denn nicht? Du bist jetzt schon wieder beleidigt. Ich verstehe es nicht. Ja, ich bin jetzt beleidigt. Ja? Ich bin beleidigt, weil du da bist. Wenn ich da bin. Alter, das war ein krass zu viel. Hält jetzt deine Schnauze, Johannes. Boah, Basti, du. So, jetzt sind wir quitt. Ich verstehe auch über... Einen Scheiß sind wir quitt? Wie oft du mich... Du hast mich gerade getötet und ich bin runtergefallen. Oh. Wie oft du mich vorher geschlagen hast. Nein! Ich darf dich jetzt noch einmal schlagen. Und Scheiß darfst du. Komm her, wo bist du? Da bist du. Du bist natürlich wieder runtergefallen. Leider, ich auch. Aber wenigstens war ich auf dem Nippel drauf. Jona! Bist du ein hässlicher... Hab nichts getan. Leu. Alles klar, ich laufe immer rückwärts runter.